Jutta Müller. Eine Legende des Eiskunstlaufs lebt weiter in unseren Herzen. Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von Jutta Müller, einer der bemerkenswertesten Persönlichkeiten im Bereich des Eiskunstlaufs. Sie verstarb am 2. November 2023 und hinterlässt eine unersetzliche Lücke in der Welt des Eiskunstlaufs. Jutta Müller war nicht nur eine herausragende Eiskunstläuferin, sondern auch eine engagierte und inspirierende Trainerin, die unzählige junge Talente auf ihrem Weg zu großen Erfolgen geführt hat. Geboren am 13. Dezember 1928 in Chemnitz entdeckte Jutta Müller früh ihre Leidenschaft für das Eis. Schon in jungen Jahren zeigte sie bemerkenswertes Talent und eine unerschütterliche Hingabe an den Eiskunstlauf. Ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten brachten ihr schnell Anerkennung und zahlreiche Auszeichnungen ein. Sie begeisterte das Publikum mit ihrer Anmut, Eleganz und technischen Perfektion auf dem Eis. Ihr unermüdlicher Ehrgeiz und ihre Hartnäckigkeit machten sie zu einer der angesehensten Eiskunstläuferinnen ihrer Zeit. Nach einer beeindruckenden Karriere als professionelle Eiskunstläuferin entschied sich Jutta Müller, ihr umfangreiches Wissen und ihre Erfahrung an junge Talente weiterzugeben. Ihre Leidenschaft für den Sport und ihr Wunsch, andere zu inspirieren, führten sie auf den Weg des Trainings und der Förderung junger Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer. Sie gründete eine renommierte Eiskunstlaufschule, in der sie mit Hingabe und Geduld ihre Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zu außergewöhnlichen Leistungen begleitete. Jutta Müllers Engagement für den Eiskunstlauf war von einer tiefen Hingabe an Disziplin, Ausdauer und Teamgeist geprägt. Sie war nicht nur eine Mentorin, sondern auch eine vertrauenswürdige Freundin für viele ihrer Schützlinge. Durch ihre bedingungslose Unterstützung und ihre einfühlsame Art hatte sie die Fähigkeit, das volle Potenzial jedes Einzelnen zu erkennen und zu fördern. Ihre unermüdliche Arbeit und Hingabe haben zahlreiche junge Talente geprägt und den Eiskunstlauf zu neuen Höhen geführt. Jutta Müllers Vermächtnis wird für immer in den Herzen und Gedanken derjenigen weiterleben, die das Glück hatten, sie zu kennen und von ihr unterrichtet worden zu sein. Ihre Leidenschaft, ihre Hingabe und ihre unermüdliche Arbeit werden als Quelle der Inspiration und Motivation für kommende Generationen von Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufern dienen. In dieser Zeit des Abschieds und der Trauer möchten wir Jutta Müllers Familie, Freunden und allen, die von ihrem unermüdlichen Einsatz für den Eiskunstlauf beeinflusst wurden, unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Möge ihr Vermächtnis als Eiskunstläuferin und Trainerin für immer in den Annalen des Sports verankert bleiben und als leuchtendes Beispiel für Engagement und Hingabe dienen. Jutta Müller, du wirst für immer in unseren Herzen sein und deine Spuren im Eiskunstlauf werden nie verblassen. Ruhe in Frieden!